hallo und herzlich willkommen zu einer folge let's play minecraft wir sind hier am bauen in der 301 folge und ja wenn man jetzt erst mal noch ein bisschen weiter es wird glaube ich jetzt gerade dunkel das heißt wir brauchen wird jetzt eben ja ja wir schmeißen das heute so viel so viel wollte ich jetzt auch nehmen das heißt wir nehmen uns mit wir haben kein bett das heißt wir müssen doch nochmals deck zurück schmeißen dann nehmen wir uns nämlich jetzt das bett und dann legen wir uns trüben schlafen und zwar genau hier so oben hier oben drauf wir machen auch hier diesen jetzt sieht man schön mal aus diesen weg hier das hier das hier quasi waren wir auch 237 breit 4567 also mindestens 27 nehmen wir machen mal 8 oder ja wir machen 8 das heißt die dieser baum ohne warte mal hoffentlich explodiert das werde ich genau so und dann können wir hier tatsächlich einfach mal hier lassen wir jetzt noch mal ein bisschen frei für den durchgang und hier auch das bedeutet wir machen das jetzt hier so wir gehen jetzt mal gucken hier ist eigentlich eigentlich hier ist das so wir gehen auch hier so gerade lang so und wir gehen hier setzen wir uns rüber an der hat man wollte ja kann jetzt auf stahl gehen wir müssen ja auch schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen so gerade gehen hier mal komm wir setzen die erst mal so rüber und zwar wird das ja hier wie wird das denn hier ja hier ist schon tatsächlich so die abgerundete fläche das heißt wir machen das so und dann werden wir tatsächlich hier so irgendwo da raus kommen erst mal das bedeutet hier auch hier wird erst einmal voll gefüllt habe ich am fov was geändert mehr habe ich da ich dachte schon gerade hier das ist nämlich alles so komisch aus ich wollte schon gerade sagen ich habe nur noch passtex dabei gab hier kann dann kann dann tatsächlich nahe gras wachsen hier kann dann gleich gras wachsen das ist sehr gut so hier können wir auch gerade zusätzen so da haben wir doch auf jeden fall schon mal wieder ein bisschen keterra von also wissen ja nicht fertig aber haben wir doch schon wieder ein paar hundert blöcke gesetzt ja immer da ist noch gut voll so das schön hoffentlich baue ich jetzt irgendwas was ich mir kann wieder abreißen will das wäre es noch aber ich meine immerhin abreißen geht ja noch relativ zügig abreißen geht ja noch zügig so siehst du machen wir schon wieder was ganz gutes hier so geformt formiert kriege ich eigentlich den da getötet das war nicht so klug aber naja auf welcher höhe sind wir denn hier zu hause naja dann geht das ja noch dann geht das ja noch guck mal da haben wir doch hier schon ein bisschen mehr getötet vom dann setzen wir halt diese folge noch ein bisschen mehr erde und zwar hinten rum da werden wir nämlich hier weil hier ist ja sowieso später so eine riesenfläche also so ähnlich wie da wie machen wir das wir bauen zuerst mal die ja ein die bauen wir jetzt hier mal ein dass die mich nicht angreifen die ganze zeit aber wieder kein leben mehr und dann setzen wir jetzt hier tatsächlich weil hier müssen wir ein bisschen weiter aus und vorgehen da gehen wir hier aber wir müssen sowieso wir sind ja sowieso mit dem berg tatsächlich nicht da jetzt wäre so eine dritte sicht so gut warte mal wir gehen mit dem berg hier so lang wir bleiben dann tatsächlich hier auf der spur und gehen hier beziehungsweise hier gehen wir tatsächlich wieder ins breitere über das heißt erst mal so so tatsächlich wo ein skelett ja mir wird definitiv die fernkampfwaffe das ist auf jeden fall keine frage das heißt wir werden hier so einmal hier haben wir von unten nahe noch platzieren also hier werden wir erst mal so eine kleine wand rein zimmer ja hier machte ich wegblätter hoffentlich wieder schnitt haben so wenn wir das doch schon bald haben dann wäre das doch schon mal richtig gut der baum kann auch weg dann kann hier der baum auch weg jetzt weiß ich jetzt weiß ich wo die spawnen na du mein creep allein wir haben doch vier fackeln hier das heißt wir leuchten hier auch mal aus und guck mal sogar in den helmen oder rüstungsgegenstand bekommen vier fackeln ausgeleuchtet das gut jetzt habe ich keine monster fahren mehr hier hier können wir auch schon mal auf eine höhe bringen auch und jetzt schon wieder gut das haben wir gut erledigt guck mal hier ist wasser eigentlich müsste ich die mal töten weil so weil die kommen ja noch genug also wenn wir irgendwann mal ein raid mal wollen kriegen wir die auf jeden fall noch so weg mit euch deshalb also das ist jetzt auf jeden fall das was wir hier erst mal vergrößern aber das machen wir in der nächsten folge wenn es sich verhält dass eine positive bewertung da oder abo und ciao leute